hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play faktorio wir sind immer noch dabei alles wir sind immer noch dabei wir wollen rote schaltkreise herstellen und dann irgendwann hier die ganzen forschungstränke herstellen aktuell läuft blau noch hier unten das können wir auch so lassen aber unser nächstes ziel ist ja für die logistik noch die gelben herzustellen und das möchte ich eigentlich heute in der aktuellen aufnahme session schaffen ihr wisst es vielleicht nicht ganz aber für mich ist eine neue aufnahme und deswegen denke ich mal kann ich das auch schaffen das erste was ich brauche ist stahl stahl hatten wir hier machen wir das jetzt hatte ich in der schmelze genau hier hatte ich die stahl kiste noch mit in der schmelze wie viel haben wir 92 recht für zwei davon und dann schnapp ich mir hier aber noch die eisenplatten können wir noch ein paar mehr machen was brauchen wir denn für die gelben ekelhaftes zeug so die beiden haltestellen brauchen wir definitiv eine zum hinbringen eine zum wieder abholen strom haben wir hier noch liegen müsste ich eigentlich auch mal noch einer zweiten stelle verbinden hier geht auch so eine elendig lange leitung nach oben aber ist hier nicht verbunden weil wenn ich jetzt das hier ab mache von dem wir hier oben alles da ist kein strom mehr drauf also geht gleich das signal weg genau noch nicht jetzt heißt wir produzieren auch kein rohöl mehr kein stein nichts da muss man extrem aufpassen und jetzt das signal wieder da ich gehe mal der reihe nach rückwärts durch ich möchte es auch gerne einlagern ich denke mal so ein kleiner wird erreichen so eine montage maschine zwei diese kann das herstellen brauchen wir prozessor einheiten flugrobotergestelle und leichtbauteile für die prozessoren brauchen wir schwefelsäure das heißt die müssen wir dann hier unten herstellen haben wir ja hier schon die fabrik müssen wir nur die teile hinbringen das bedeutet wir haben schon mal einen eingang direkt hier der dafür sorgt dass wir hier prozessor einheiten abholen können die dieser greifarm raus nimmt dann benötigen wir noch flugrobotergestelle die kann ich hier herstellen so was davon stellen wir schon her wir stellen stahl und elektrische schaltkreise her und eigentlich auch batterien das heißt hier lasse ich zwei bänder ankommen ein band beinhaltet dann die elektrischen schaltkreise her und die stahl träger und das andere die batterien würde ich dann nur hier sortieren lassen eigentlich müsste ich hier unten drei ausgänge haben damit ich dann sagen kann das bitte auf ein band ich hoffe dass das hier so funktioniert ansonsten mache ich so dann kommt es definitiv auf eins einmal elektrische schaltkreise einmal stahl und einmal batterien da oben und dann brauchen wir hier noch die elektromotoren problem ist für die brumme war ja schmieröl eigentlich kann ich dann auch sagen das erste was ich sage ist ich höre mir mal hier hoch hoch wie groß waren die ein feld da kann ich mich auch stehen so und ja da kommt dann noch einer hin dazwischen können wir dann einfach um den platz auszufüllen der lampe setzen so ja wir haben jetzt das modul 2 das können wir nicht das hier können wir so du holst dann die elektromotoren und eigentlich wäre das alles was wir hier brauchen wenn ich es richtig sehe ah ne das ist ja nur für die flugrobotergestelle die holen wir die stellen wir her und jetzt brauchen wir noch die leichtbauteile brauchstahl kupfer und kunststoff das heißt wir müssen stahl aufteilen das bedeutet stahl läuft hier außen lang leider gibt es keinen langen filter mit dem greifarm aber es gibt diese methode so und wenn du dann die leichtbauteile drin hast kann der nur stahl hier reinlegen ja der tunnel reicht nicht hier oben brauchten wir kupfer und plastik wenn ich richtig lege das heißt ich brauche nochmal einen filternden greifarm der dann kupfer und plastik nimmt dauert jetzt ein bisschen muss erstmal hergestellt werden da ist auch schon fertig Problem ist es liegt jetzt alles auf einer seite heißt ich brauche ein teiler fließband was hier hinkommt das teilt hier hin auf so 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 Sollte funktionieren. Dann brauche ich noch einen Zug mit Anhänger. Signale müsste ich eigentlich auch noch setzen. So, ein Anhänger. Für den Zug brauchen wir natürlich Motoren. Hier hatten wir doch noch irgendwo liegen. Da, da ist die Kiste. Es ist so schön, so schnell laufen zu können. Das hier wird ja... ...gelb Ausgang. Und dann haben wir hier irgendwo... Da. Du kriegst eine neue Haltestelle. Und zwar gelb Ausgang. Und noch... ...grün Ausgang. Warum? Warum hat er denn nicht zum grünen... ...zure Haltestelle für die grünen Stadtkreise... ...ääh... ...für die... ...grünen Forschungstränke gefahren ist. Weil die kommen wir dann gar nicht an. Deswegen ist es doch leer. Deswegen forschen wir auch nicht mehr. Du fährst mal gleich dahin. Da dürfte dann nämlich auch... ...1400 Stück. So ungefähr. Mal einen Viererschotten. Eins plus drei genau. So und wir bauen uns... ...kopieren und einfügen für Züge. Ja. So. Du fährst... ...da hin. Dahin. Achso. Ja. Muss ich ja... ...als gelesen mag. ...markieren. So. Da ist der. Achja. Du wartest dort ja noch nicht. So. Du sollst ja auch noch... ...was abholen. Dafür können wir... ...hier gleich die Haltestelle aufbauen. Du sollst ja auch noch... ...was abholen. Dafür können wir hier gleich die Haltestelle aufbauen. ...und noch... ...das ist ja sogar gleich. Warum fährt der nicht gleich hier runter? Mach doch so halbwegs. Man kann sogar umschalten wenn man... ...je nachdem wie die... ...Fortstrecke ist. Also je nachdem wo Züge stehen und wo nicht. So. Gleich mal hier überall die Signale verteilen. Wir benötigen Elektromotoren. Und die Dinger hier. So. Der kommt da nicht ran. Der wahrscheinlich auch nicht. Nee. Halt noch ein paar mehr Strom mästen. Halt... Dann halt nicht. So. Der wird für das blockiert. Der wird für das blockiert. Muss ich dann nur irgendwie... ...Motoren hier herbringen. ...und die grünen Schaltkreise. Aber erstmal... ...die gelben oben anschließen. So. Dann brauchte der noch Plastik. Plastik machen wir hier unten. So. Nicht so weit. Ah. Einen davon. Was ist denn für Plastik? Was ist denn für Plastik? ... ... so dann noch Batterien die machen wir hier unten man merkt es baut alles auf der Chemie hier auf und ich sehe gerade wir sind schon wieder über die Zeit drüber dann belasse ich es jetzt bei dem erstmal ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns in der nächsten Folge wo es dann weiter geht wo wir hoffentlich die ersten gelben Forschungstränke automatisiert herstellen und bis dahin Tschüss